Wieder williges Wählen Labour vor der Wahl in Großbritannien, die Bewohner von Grimsby, einer Stadt, die stark von der Fischerei-Industrie abhängt, hatten bei der Brexit-Abstimmung im Jahr 2016 mehrheitlich für den Austritt aus der EU bestimmt. Viele glaubten, dass dies ihre wirtschaftliche Situation verbessern würde. Bei der anschließenden Wahl jedoch, entschieden sich viele Wähler dafür, die traditionell sozialistische Labour-Partei zu verlassen und stattdessen die konservative Partei zu wählen. Dies führte dazu, dass die Tories einen Sitz im Parlament gewannen, der zuvor jahrzehntelang von Labour gehalten wurde. Heute, nachdem die Brexit-Verhandlungen abgeschlossen sind und die wirtschaftlichen Auswirkungen des Austritts spürbar werden, sind viele Bewohner von Grimsby enttäuscht von den Versprechen, die ihnen gemacht wurden. Viele fühlen sich von der Regierung im Stich gelassen und bereuen ihre Entscheidung, die Tories gewählt zu haben. Einige Wähler geben zu, dass sie nur widerwillig für Labour gestimmt haben, da sie keine andere Alternative sahen. Die kommenden Wahlen werden zeigen, ob die Labour-Partei es schaffen kann, das Vertrauen der Wähler in Grimsby zurückzugewinnen und die Stadt wieder auf den richtigen Kurs zu bringen.